Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Wir werfen wie immer einen Blick auf die Forex-Stocks und natürlich auch Krypto- und Goldmärkte. All das werden wir auf jeden Fall heute besprechen. Nächste Woche steht auf jeden Fall sehr, sehr viel an. Wir haben wieder den Fett-Zinsentscheid und noch andere News, die am Donnerstag und Freitag dann auf uns zukommen. Also spannende Woche auf jeden Fall, obwohl wir diese Woche, muss man echt dazu sagen, auch eine gute Woche hinter uns hatten. Teilweise zumindest alle Trades nach Take Profit 1 sind in den Stop-Loss gelaufen. So viel schon mal vorne weg, hat aber auch mit dem sehr, sehr komischen Bruttoinlandsprodukt zu tun, was überraschend stark war. Wo meiner Meinung nach letzte Woche noch nicht so im Wochenausblick mit drin war oder dass die Zahlen so hoch waren. Aber gut, ist jetzt so, wir werden uns das jetzt alles ganz genau nochmal anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose, wenn es denn laden würde, Telegram, Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt ja gerne rein. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sorry, dass ich es euch jetzt hier nicht zeigen kann. Und ansonsten gilt weiterhin, wenn ihr Bock habt, ein Merch-Paket zu gewinnen bei Bing X und noch weitere coole Aktionen da mitzumachen. Momentan gibt es wieder so ein Rad, wenn ihr zum Beispiel, also so ein Glücksrad mäßig, wenn ihr zum Beispiel Handelsvolumen erreicht oder sowas, habt ihr einen Dreh am Rad und könnt Trial Fund etc. pp. gewinnen. Auch hierzu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse und wie gesagt, wir fangen wie immer mit dem DXY an und der hat diese Woche genauso reagiert, wie wir im Endeffekt darüber gesprochen haben. Nachdem wir letzte Woche das Golden Pocket gehittet haben, war die Analyse, dass wir hier erst nochmal runtergehen, unter dem Tief die Liquidität aufgrasen. Genauso ist es gekommen. Daraufhin der Impuls nach oben. Ich habe es in der Telegram-Gruppe, ich glaube am Montag oder Dienstag nochmal ein bisschen ausführlicher, da nochmal dazu gezeigt. Also bisher 1 zu 1 die Analyse so festgesetzt. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wir sind jetzt wieder hier im Golden Pocket drin. Möglich, dass wir hier im Endeffekt jetzt entweder wieder komplett nach unten gehen oder erstmal eine komplette Seitwärtsphase weiter einläuten. Die Newslage ist für Montag, Dienstag noch sehr, sehr unschlüssig. Wie gesagt, wir kommen gleich nochmal ausführlich zu den News. Aber wie gesagt, Mittwoch-Fett-Zinsentscheid könnte dazu sorgen, je nachdem was prognostiziert ist, dass wir hier entweder komplett nach oben ballern oder dann erstmal hier unten drin sind. Also long, wer den US-Dollar hier mit mir gelongt hat, auf jeden Fall. Ich würde einen Stop-Loss-Entry, vielleicht sogar zwei Take-Profits hier schon reinsetzen und dann jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Ist ziemlich unschlüssig meiner Meinung nach, wie das hier jetzt erstmal weitergeht. Nachdem wir jetzt hier wieder im Golden Pocket sind, aber jetzt schon einmal, zweimal, dreimal, viermal, sogar fünfmal in dieser Zone waren, ist ein Breakout nach oben. Zumindest für Montag, Dienstag nicht gerade unwahrscheinlich. Gehen wir rüber zum Pendant und das heißt zum Euro gegenüber dem US-Sollar. Da sehen wir im Endeffekt auch eins zu eins die gleiche Reaktion, wie wir sie erwartet haben. Wir sind oben nochmal in Richtung Ineffizienz hier oben gekommen, also in diese vier Stunden Supply-Zone. Genau hier hat er im Endeffekt die Position abgeholt, also heißt Short Euro. Dann sind wir nach unten durchgefallen, Take-Profit 2 war hier das Golden Pocket, sind sogar noch ein bisschen tiefer. Das dritte Take-Profit-Ziel haben wir bisher noch nicht erreicht, das lag hier unten ja bei den 1,05 Euro. Das war so das grobe Ziel, was wir letzte Woche auserkoren haben, ist nicht ganz runtergekommen. Momentan ein bisschen Stabilität, aber wie gesagt, die Position bleibt jetzt meiner Meinung nach erstmal offen. Ich würde daran nichts handhaben, weil sollte der Dollar zum Montag, Dienstag doch nochmal einen Schuss nach oben hin machen, sind diese Ziele, die wir hier unten haben bei den 1,04 oder 1,05 auf jeden Fall noch deutlich, deutlich erreichbarer. Also hier machen wir erstmal gar nichts, Position bleibt offen, wir werden keine neuen Positionen jetzt erstmal eröffnen. Wir machen das übergeordnete FIP mal weg und schauen uns das Kleine einfach nochmal dazu an. Das heißt, sollte eine Gegenkorrektur kommen, das heißt der Dollar etwas schwächer werden, wäre vielleicht nochmal die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir verdoppeln die Position hier oben bei knapp, entweder beim Golden Pocket oder beim 0,786er. Aber an sich gehe ich weiterhin davon aus, dass wir nochmal einen schwächeren Euro diese Woche sehen. Wir haben es an den Aktienmärkten gesehen, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, die deutlich, deutlich schwächer sind. Es würde zum Euro auch nicht mehr unbedingt gefallen und sowas. Wir haben wie gesagt weiterhin einen Konflikt im Nahen Osten, der sich immer weiter aufstaut. Wir hatten noch keine Bodenoffensive in Richtung Gaza, aber wer weiß, ob das noch kommt. Ich hoffe es nicht. Aber wie gesagt, weiterhin würde ich jetzt nicht sagen, dass der Euro sehr, sehr stark auf der Brust ist. Deswegen, Short-Position bleibt, bleibt weiterhin erstmal Long US-Dollar und wie gesagt, Short-Euro-Stop-Loss-Entry und gut ist, erstmal würde ich hier nichts mehr machen. Ansonsten gibt es hier, wie gesagt, wenig zu sagen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir rüber zu den traditionellen Märkten. Wir gehen rüber zum Dow Jones, der am Freitag jetzt auch nochmal deutlich verloren hat. Also auch hier hatten wir im Endeffekt unser Setup, dass wir gesagt haben, okay, Take-Profit 1 wurde erreicht. Das habe ich dann, ich glaube, Donnerstag nochmal im Video gesagt. Position wurde ausgestoppt. Wir haben unser bearish-Preistarget jetzt erstmal erreicht, also unsere bearish-Support-Zone, die ich jetzt eigentlich diese Woche nicht mehr sehen wollte. Aber gut, Take-Profit 1 und dann Stop-Loss ist jetzt erstmal Wurst. Hier, wie gesagt, wir haben ein relativ durchwachsenes Jahr, muss man jetzt auch sagen im Endeffekt. Also wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, wir sind genau da, wo wir das Jahr wieder begonnen haben. Das heißt, plus minus null. Wir hatten eine schöne Rallye, die hat wieder deutlich abgenommen und jetzt befinden wir uns da, wo wir am Anfang des Jahres waren, nachdem wir hier unser Breakout hatten. Das heißt, wir befinden uns derzeit in sehr, sehr starken Support-Verhältnissen. Noch würde ich nicht von einem absoluten Crash sprechen, aber sollte diese Zone jetzt nicht halten diese Woche, ne? Und die ist halt extrem wichtig, weil danach haben wir hier noch diese kleine Konsolidierungsphase. Wir sind jetzt auch schon seit dem Top, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, vom Top bis runter, haben wir schon wieder 10% verloren. Mir kommt das einfach ein bisschen zu früh. Ich rechne eher damit, und das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt und die Wochen davor, dass wir nochmal eben diesen Impuls nach oben kriegen und von hier aus im Endeffekt dann erst den möglicherweise richtigen Crash sehen. Man hört täglich seit 1, 1,5 Jahren, der Wirtschaftscrash wird kommen, der Wirtschaftscrash wird kommen. Bisher ist einfach noch gar nichts, obwohl es jeder heraufbesporen hat. Und ich rechne nicht damit, dass wir jetzt hier seit Juli, Ende Juli, Anfang August 10% runtergehen und dann der Crash, wenn schon alle drin sind, dann kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen werde ich hier auch weiterhin eher der Meinung sein, dass wir jetzt hier erstmal weiterhin long sind. Und es hat, da können wir jetzt gleich schon mal die News vorgreifen, und zwar Montag eher weniger. Wir haben eher das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. Das juckt jetzt erstmal weniger. Kommen wir dann vielleicht beim DAX nochmal ganz kurz darauf zu sprechen. Dienstag, VPI-Daten in der EU, auch jetzt nicht unbedingt wichtig, was für uns jetzt im Endeffekt wichtig ist. Mittwoch wird dann aber wichtig, und zwar Zinsentscheid der FED, 5,5%. Wir hatten letzte Woche ein verdammt, also diese Woche ein verdammt hohes Bruttoinlandsprodukt. Prognose war bei 4,3. 4,9 war es dann. Der Monat davor oder das Quartal davor war es bei 2,1. Das muss man auch mal dazu sagen. Man geht momentan davon aus, Zinsrate bleibt gleich, gehe ich auch absolut davon aus. Die Rede danach wird meiner Meinung nach wichtiger, wo er dann wieder sagt, ja die Inflation ist zu hoch, bla bla bla. Also das typische Gefusel vom Pole wieder. Trotzdem, man muss aus dieser Rede dann immer so die Kleinigkeiten raushören. Geht man davon aus, dass die Zinsen jetzt gesenkt werden, weil die Wirtschaft es komplett verträgt anscheinend. Natürlich, Krieg finanziert auch die USA dann wieder ein bisschen mit. Da kann man auch wieder ein bisschen mehr profitieren, umso mehr man in Kriegen vermischt ist, desto mehr Geld kann man natürlich wieder drucken etc. Aber wie gesagt, das wird auf jeden Fall das Augenmerk werden am Mittwoch, wo die ganzen Charts dann im Endeffekt ihre Trendwende auch hinlegen könnten. Ihre nachhaltige Trendwende, wenn es heißt, okay, Zinsen bleiben gleich, ist das natürlich erstmal positiv für die Märkte. Danach wird es darauf ankommen, geht man vielleicht tiefer, vielleicht doch noch dieses Jahr. Wenn wir uns mal die Prognose für Dezember angucken, da sieht es momentan nicht so aus. Januar auch nicht. Also man geht hier bis frühestens Mai ist dann die Chance ein bisschen höher, beziehungsweise März. Ja, März so minimal dann, dass die ersten Zinssenkungen kommen. Muss man dann auf jeden Fall schauen. Dann, Mittwoch, wie gesagt, sonst nichts bis auf um 20 Uhr oder werden wir dann auf jeden Fall wieder live sein, würde ich sagen. Am Donnerstag, Erstanträge, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe, wir haben die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft. Das heißt, da wird es auf jeden Fall darauf ankommen. Mittwoch, Donnerstag und Freitag haben wir dann Non-Farment, Payrolls, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die Arbeitslosenquote. Wir haben die durchschnittlichen Stundenlöhne. Also da kommt eine Menge dann auf uns zu, das heißt Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also ab Mittwochabend, wird sehr, sehr spannend werden. Und das könnte im Endeffekt dann genau zu diesem Move hier führen, dass wir sagen, okay, Support wird hier erst einmal gehalten bei ungefähr 32.600 Punkten, wäre 32.400, sorry. Ansonsten sieht es meiner Meinung nach richtig übel aus. Wir können uns hier nochmal das FIP-Level dazu ziehen, das heißt von der Gesamtbewegung, da sehen wir auch, okay, das 05er liegt jetzt genau hier. Nächster Step wäre dann hier wirklich das Golden Pocket bei 31.300. Das heißt, wir haben die Chance, entweder hier nochmal eine Long-Position aufzumachen. Wie gesagt, werde ich dann Montag, Dienstag entscheiden. Oder wir warten hier auf das Golden Pocket bei 31.300. Wobei das schon sehr, sehr tief wäre, wenn wir jetzt sagen würden, okay, zu Wochenbeginn gibt es nochmal einen 4-prozentigen Abverkauf. Kann ich mir derzeit nicht vorstellen. Gehen wir rüber zum S&P 500, gleiches Spiel. Wir waren erst long, erster Take-Profit wurde erreicht, habe ich dann im Video dazu gesagt. Ansonsten Position in den Stop-Loss gelaufen und auch hier ein sehr, sehr starker Abverkauf. Und wir haben ein wichtiges Key-Level verloren. Dieser Support-Bereich, der uns jetzt hier schon einmal geholfen hat, wurde jetzt erst einmal durchbrochen. Sieht nicht gut aus. Das zweite Support-Level auch. Also hier, weiß ich nicht, tue ich mir auch extrem schwer, hier nochmal eine Long-Position reinzugehen. Wir können uns das FIP-Level mal ganz kurz ziehen, wo wir da sind. Da sind wir bereits im Golden Pocket. Das Problem ist, Dow Jones ist noch nicht am Golden Pocket. Wird kritisch. Wir könnten gegebenenfalls hier probieren, dass wir in diesem Bereich nochmal eine Long-Position aufbauen. Wie gesagt, würde ich aber erst einmal abwarten, wie so der Montag verläuft. Weil das Risiko jetzt, in diesem Moment, ist mir ein bisschen zu hoch. Vom Risk her, sollten wir jetzt hier in die Position reingehen. Wären wir nämlich auch schon bei 2 bis ungefähr, ich sage jetzt mal, 3 Prozent, welches wir hier eingehen müssten. Stop-Loss unter 0,786er ist schon relativ viel. RSI ist relativ weit unten auf Daily-Sicht. Das ist okay. Vier Stunden auch überverkauft erst einmal und das Golden Pocket eben. Also grundsätzlich bleibe ich dabei. Ich bin bullish, was die Aktienmärkte erst einmal anbelangt, zumindest kurzfristig. Ansonsten muss man dann wirklich gucken, bis dann wirklich dieser große Abverkauf kommt. Aber ich bin auch hier eher auf der Suche nach Long-Positionen anstatt nach Short-Positionen. Erster Abverkauf, zweiter Abverkauf, dritter Abverkauf. Könnt ihr jetzt wirklich dann für eine Trendwende sprechen in dieser Woche. NDX, hier haben wir wenigstens noch den Short offen, aber auch hier die Long-Positionen wurde erst einmal ausgestoppt nach Take-Profit 1. Das heißt, wir sind, ich sage jetzt einfach mal so, mit einem blauen Auge aus dieser Woche davon gekommen, weil eben zuvor nochmal eine gute Performance da war. Können wir nur glücklich drüber sein. Aber auch hier sehe ich derzeit keinen wirklichen Support. Wir sehen hier noch eine größere Ineffizienz in diesem Bereich und die würde auch für dieses Key-Level sprechen, welches schon immer mal wieder entweder Support oder Widerstand angedacht war. Deswegen würde ich hier sagen, NDX neue Long-Positionen ab diesem Bereich bei 13.930 Punkten. Vorher, auch wegen diesem Gap, was wir hier unten noch haben, das sieht aus wie ein Magnet, 13.650 Punkte, würde eher dafür sprechen, dass wir hier nochmal einen Abverkauf sehen. Vom Risk her wären wir auch bei 3%, also auch hier müssen wir dann jetzt erst einmal abwarten, wie im Endeffekt die Woche startet, was die News aussagen. Also diese Woche könnte eine sehr, sehr zurückhaltende Woche sein. Also ich würde jetzt nicht aufbiegen und brechen euch empfehlen, ja, cool, Supportzone, blind rein long, wartet erst einmal ein bisschen ab. Wir haben sehr, sehr viele News, wir haben den Nahost-Konflikt, wir haben momentan weiterhin einen Downtrend und wir haben jetzt, wie gesagt, diesen Support hier erst mal durchbrochen. Also NDX würde ich sogar eher an dritter Stelle, ich würde mich eher auf den Dow Jones, auf den S&P 500 konzentrieren, weil momentan Nasdaq gefällt mir gar nicht mit den Tech-Werten. Muss ich ehrlicherweise sagen. Gehen wir rüber zum deutschen Leitindex, dem DAX. Hier sieht es für die Verhältnisse eigentlich relativ gut aus. Und das, obwohl wir diese Woche ein DAX-Unternehmen hatten, hier Siemens Energy, Aktienfreien Fall. Es wird hier über staatliche Bürgschaften diskutiert und das Ding hat seit Jahresanfang 68% verloren, diese Woche zwischenzeitlich mal 40%, also ganz, ganz knapp 40% verloren. Also dafür hält sich der DAX noch relativ gut und da läuft auch noch meine Position, wie gesagt, das war hier die Position, die läuft noch mit dem Stop-Loss genauso, wie wir es genannt haben. Also da könnte auch theoretisch immer noch rein. Wundert mich, wundert mich wirklich, dass der DAX noch so stabil ist derzeit. Aber gut, ich will mich nicht drüber beschweren, warten wir mal ab. Die Analyse bleibt erst einmal mit dem Stop-Loss. Gegebenenfalls werden wir den Stop-Loss nochmal anpassen, hier auf ungefähr 14.350 Punkte. Hat den Aspekt, dass wir dann einfach unter dieser Support-Zone sind, weil es gut möglich sein kann, dass wir Montag nochmal ein bisschen schwächer starten und dann die Liquidität aus diesem Bereich nochmal rausholen. Aber ich bleibe auch hier erst einmal auf dem bullischen Zweig und würde sagen dann, ersten Take-Profit, je nachdem so bei 14.950 bis ungefähr 14.980 würde ich auf jeden Fall die ersten Take-Profits nehmen. Ja und da haben wir ja gesagt, am Montag, wenn wir nochmal ganz kurz auf die News zurückgehen, dass wir hier das BIP auf jeden Fall in Deutschland haben. Vorher ist es ja geschrumpft, sehr sehr interessant und dann haben wir wie gesagt noch aus der EU auch noch die VPI-Daten. Also wird interessant für den DAX werden, deswegen kann ich mir gut nochmal vorstellen, dass wir hier nochmal einen leichten Abverkauf nach unten hinkriegen und dann die Trendwende. Also ihr seht, ich bin auch hier erst einmal noch kurzfristig bullisch, was die ganze Sache anbelangt. Und wenn wir auch mal hier zurückschauen, wie gesagt, wir wären dann genau am Anfang des Jahres. Das heißt, wir haben im Nullerjahr momentan nach jetzigem Stand, wir hatten unsere Rallye, die sehr sehr überspitzt war. Trotz kreischender Leute, die gesagt haben, ey, wir werden einen Wirtschaftscrash sehen etc. pp. Ging es hier auf Jahressicht zwischenzeitlich 15% nach oben und wir sind immer noch 1,7% im Plus. Also dafür, dass das Jahr eigentlich absolut grauenhaft werden sollte, jeder den Wirtschaftscrash heraufbespört hat oder immer noch macht, wir werden den sehen, wir werden den sehen, wir werden den sehen. Ich weiß nicht, ob wir den sehen werden. Ganz ehrlich, ich würde mich da einfach ein bisschen zurückhalten und den Leuten nicht extrem auf den Sack damit gehen. Irgendwann wird es kommen, aber nicht dann, wenn es einfach jeder erwartet. Und genau das hat man im Endeffekt auf Jahresperformance gesehen. Gut, ansonsten gehen wir noch rüber zu Gold ganz kurz. Hier wurde unsere Short-Position nach Take Profit 1 auch ausgestoppt, also auch hier ein blaues Auge gesehen. Ihr seht aber, ich bin hier schon wieder in einer neuen Position drin. Also ich habe hier eine neue Short-Position aufgemacht, hat einfach den Aspekt, wir haben jetzt hier das Gap gefüllt bei 2.000 US-Dollar. Das war das Wichtige. Und einen Stop-Loss würde ich aber nochmal anpassen hier auf knapp 2.025 Punkte. Die Long läuft natürlich weiterhin. Wir hatten diese Woche so, ja, eine Wischi-Waschi-Woche, muss man hier ehrlicherweise sagen. Das Golden Pocket hat uns ein bisschen Widerstand gegeben. Gut für die Short-Position, gut für den Take Profit 1. Die Long-Position läuft auch noch weiterhin. Hier warte ich aber ganz ehrlich immer noch drauf, die zu verdoppeln. Ich sehe hier noch keinen richtigen Einstieg, wo ich sagen kann, ey, ja, da können wir ohne Probleme locker rein in die Position. Deswegen läuft jetzt hier erstmal noch eine 50-prozentige Short. Das heißt, die Position ist nur halb so groß wie die Long-Position, um das Risiko hier ein bisschen zu minimieren. Wir werden den Stop-Loss auf 2.025 anpassen. Also wer jetzt hier noch rein möchte, hat auf jeden Fall einen besseren Entry, weil ich hier bereits bei 2.001 US-Dollar reingegangen bin. Ansonsten gibt es hier auch wenig zu sagen, warten wir mal ab, was Gold im Endeffekt macht. Wir haben jetzt die Gaps gefüllt, das war wichtig. Und ansonsten, ob das jetzt noch weiter steigt, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir haben die magische 2.000 US-Dollar-Marke getroffen. Ich könnte mir jetzt gut eben diesen Abverkauf nach unten hin nochmal vorstellen. Vielleicht möglicherweise, je nachdem was für News kommen, bis auf 1.945, um den Support nochmal zu testen. Und dann können wir hier möglicherweise über eine Verdopplung der Position nachdenken. So, und dann geht es rüber zu Bitcoin. Wie sieht es da aus? 34.080 US-Dollar traden wir momentan. Unser Ascending Triangle kannst du mittlerweile in die Tonne hauen. Das ist für mich jetzt mehr eine kleine Seitwärtsphase, die sich jetzt hier gebildet hat. Wirklich bearish ist es nicht ausgebrochen, auch wenn es wieder mal ein paar Leute gebrüllt haben. Ja, wir befinden uns hier, wie gesagt, in der Seitwärtsphase. Konsolidierungsphase ist eigentlich grundsätzlich gut für Altcoins derzeit zumindest. Man sieht es auch deutlich im Plus teilweise, die Altcoins. Also übers Wochenende erwarte ich jetzt erstmal keine größeren Bewegungen. Ich bin weiterhin eher davon überzeugt, dass wir eben Richtung ungefähr, wenn ich es jetzt mal einzeichnen könnte, Richtung 38.000 bis 40.000 US-Dollar gehen könnten. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Einfach weil das Momentum derzeit weiterhin bullisch ist. Wir haben die ganzen ETF-Sachen. Gut, wir haben negative Aktienindizes. Das ist das einzige Negative, wo ich momentan sagen würde, was für Down spricht. Aber die ganze Bewegung, die wir im Endeffekt jetzt hier gebildet haben, wäre meiner Meinung nach nicht wirklich gesund, wenn wir hier wieder Richtung 30.800 US-Dollar abverkauft werden. Deswegen eher nach Long-Status suchen und um nochmal drauf sprechen zu kommen. Also, meiner Meinung nach, wir befinden uns noch nicht in einem Bullrun. Viele sind vielleicht davon überzeugt, ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Daily, Weekly Close. Und das sind die wichtigen Daten, auf die es diese Woche ankommt. Weekly Close, wenn wir über der Marke von 32.400 US-Dollar schließen, können wir wirklich langsam über Bullenmarkt sprechen. Schließen wir da drunter und das heißt so bei 31.400, 31.500 ist es für mich ein Fake-Out und wir könnten nochmal deutlich, deutlich abverkauft werden. Es ist nicht raus, also ich sehe Kurse von 12.000 US-Dollar wegen diesem Gap hier unten, sehe ich ganz ehrlich derzeit nicht mehr. Das Einzige, was ich noch sehen würde, sollten wir diesen Bearish & Close kriegen, sind die 18k. Dabei bleibe ich auch erst einmal, daran hat sich nichts geändert. Das bullische Case, kurzfristig wären eben die 38.000 bis 40.000 US-Dollar. Aber sollten wir einen geilen Weekly Close kriegen, dann sind sogar 50.000 US-Dollar das übergeordnete Golden Pocket drinnen. Ansonsten bleibt, ich habe es diese Woche in der Telegram-Gruppe geschrieben, bleibt einfach noch ein bisschen locker. Wir sind noch nicht in einem Bullrun, es ist schön und gut, aber ihr müsst noch nicht in FOMO verfallen. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu erläutern. Bleibt einfach auf der chilligen Welle. Genießt es, solche steigenden Kurse, wir hatten genug Einstiegskurse bzw. Nachkaufkurse über die letzten Monate, Jahre gehabt. Kriegt keine FOMO und das wollte ich jetzt einfach nur nochmal dazu sagen. Kriegt einfach keine FOMO. Ansonsten, wie gesagt, 4 Stunden Basis, absolute Seitensfassen, nichts wirklich zu berichten. Warten wir mal ab. Weekly Close ist wichtig. Ich denke, morgen im Laufe des Nachmittags wird dann deutlich mehr Bewegung nochmal reinkommen. Und man muss auch dazu sagen, wir haben ja dann auch noch den Monthly, also Monatsschlusskurs steht ja dann auch noch an. Also warten wir einfach mal ab, was kommen wird. Ansonsten war es das für diese Woche wieder. Boah, ist das ein langes Video geworden. Gut, war einiges noch zu erzählen. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, ein bisschen ein Algo unterstützen mit einem Kommentar, Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet. Würde ihr mir auf jeden Fall einen großen Gefallen damit tun. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann morgen früh zu einem Update-Video wieder und morgen kommt dann auch das Tangem-Video, was ich euch versprochen habe. Gut, dann war es das von mir. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer. Steak.